Hey Skat-Freunde, heute habe ich einen echten Knaller für euch. Wir haben ein super interessantes Spiel, einfach zu schön, um wahr zu sein und das Beste, es passt auch noch so gut, denn ihr stellt ja manchmal Fragen und die versuche ich dann zu beantworten. So zum Beispiel geschehen zu einem meiner letzten Videos, Auto Skat 84, da ging es um Trumpfzüge und da kam folgende Frage auf. N.Ballweg möchte wissen, könntest du mal ein Video machen zum Thema Farben wechseln? Ich habe dich spielen sehen und da hast du kritisiert, dass dein Partner immer die Stechfarbe fortgesetzt hat. Wann macht es Sinn, die Farbe zu wechseln bzw. weiter Stechfarbe zu spielen? Ja, ausgezeichnete Frage und wie so oft beim Skat, lässt sie sich natürlich nicht in wenigen Worten erklären, dafür gibt es einfach zu viele Situationen, aber es gibt so dieses Horrorszenario, da kriege ich immer eine richtige Gänsehaut. Wenn der Alleinspieler wirklich ein schwaches Spiel hat, womöglich sogar ein bisschen abgereizt, keine dolle Beikarte, viel zu viele Punkte an sich abgibt und dann habt ihr ihn richtig an den Eiern und er muss stechen und er muss wieder stechen und dann kommen die letzten paar Stiche und plötzlich, puff, wie durch ein Wunder, gewinnt er das Ding irgendwie noch mit 61 und garantiert, wenn sowas passiert, dann ist eine Trumpfgabel im Spiel. Dazu habe ich auch schon mal ein paar Videos gemacht, verlinke ich hier gerade nochmal, könnt ihr euch anschauen, aber jetzt kommt dieses Hammerspiel, das habe ich letzte Woche erfahren, hat mir der Großmeister Walter van Stegen bei der Deutschen Meisterschaft eingeflüstert. Danke für deinen Input, viel Spaß. Wir sitzen in Vorhand und bekommen so einen halbgaren Ansatz. Denken gerade noch darüber nach, ob wir die Kirsche überhaupt reizen wollen, da haben beide Mitspieler gepasst. Und dann? Na, dann haben wir doch wohl Interesse, oder? Lobisch, kann doch wohl mal Pik, Buu und Herz 10 drin liegen. Also hopp, in den Skat und das übliche Pik, Lusche, Karo König, willkommen im Skatspielerglück. Jetzt haben wir hier natürlich ein absolutes Problemspiel. Wir könnten jetzt den Pik spielen, hätten wir aber nur 5 Trümpfe ohne Trumpfvolles und auch nur 1 Ass an der Seite, das ginge ja, wenn überhaupt, auch nur irgendwie über die Herz 10. Ein bisschen aussichtsreicher erscheint dann doch noch der 6 Trümpfe in Herz. Da können wir mit Kreuz 10 und Karo König immerhin schon 14 Augen, eine ganz gute Hausnummer drücken. Wenn wir jetzt an die Karofollen rankommen, weil Trumpf gut verteilt ist und Pik vielleicht auch 2-2 steht, dann kann das Spiel ja sich ganz günstig entwickeln. Kreuz könnte auch geschnippelt werden. Also so ganz ohne Wehr sind wir nicht unbedingt. Also zum Herz etwa mit der Trumpf Lusche eröffnet. Ich sage gleich, man kann das Spiel auch mal mit einem Kreuz Buben starten, um die Herz 10 zu angeln. Und wenn man die dann nicht bekommt, dann hofft man, dass dann die Pikvollen wenigstens gewimmelt werden. Aber man kann es auch ganz, sage ich mal, solide, überlegt, ohne Hass, mit der Trumpf Lusche eröffnen. Jetzt fällt etwa Herz 10 und dann kommt die Herz 9. Zusätzlich empfangen wir schon so ein bisschen Körpersprache, Signale. Der Spieler hier in der Mittelhand hat sich schon so ein bisschen aufgerichtet. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Die Herz 9 ist hier die verräterische Karte, die uns an sich zu 99 Prozent sagt, es stehen jetzt auch noch vier Trümpfe hier in der Mittelhand. Die muss blank gewesen sein. In jeder anderen Konstellation hätte der Spieler entweder mit dem Buben übernommen oder die Herz Dame zugelegt. Also Katastrophenverteilung. Und jetzt geht es weiter. Der Spieler hier überlegt ein bisschen, wie er fortsetzen soll. Dann spielt er die Kreuz 9. Wir drücken natürlich die Daumen, dass Mittelhand sich jetzt nicht traut. Der zupft auch ein bisschen rum, hat er keinen Trumpf mehr. Am Ende hat er dann aber doch das Kreuz Ass gelegt. Also auch an diesen Vollen können wir nicht ankommen. Jetzt ist Mittelhand dran. Kein Trumpf mehr. Hat noch zwei Asse in der Hand. Ich spoiler hier schon mal ein bisschen. Und will seinem Partner natürlich jetzt ein bisschen helfen. Auch die richtige Farbe zeigen. Deswegen spielt er jetzt frech oder mit Weitsicht, wie auch immer man nun sagen will, unter seinem Karo-Pass die Karo 9. Also es ist hier wieder nicht gut. Wir sind jetzt auch schon wieder aufgeflogen. Allerdings lassen wir uns nichts anmerken, sondern stechen erst mal. Von hinten kommt die Dame. Und die Karo-Dame, die gibt uns jetzt auch schon so einen wertvollen Hinweis. Erstens mal glauben wir nicht, dass sie blank war. Denn dann hätte der Spieler sie wohl schon im zweiten Stich ausgespielt. Stattdessen scheint es eher hier eine gleichmäßige Beikartenverteilung zu sein. Also der typische Rollmobs. Das ist schon fast zu ahnen. Und dann wird in Hinterhand jetzt noch ein Karo voller sitzen. Den wir uns vielleicht im Spielverlauf einverleiben können. Trumpf ist jetzt für uns als Alleinspieler ein No-Go. Denn dann werden wir einfach zu viele Punkte verlieren. Wir haben noch zwei Pikstiche abzugeben. Es wird der Karo voller direkt auf Trumpf gewimmelt. Und dann noch ein weiterer Bubenstich. Das geht nicht. Wir müssen jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen. Rettungsanker auswerfen. Und das bedeutet über die Ballkarte. Wir spielen vorsichtshalber schon mal die Pik 9. Denn wir wollen am Ende mit der Pik 7 auf jeden Fall noch vom Stich kommen. Der Spieler in Mittelhand ist erleichtert. Denn eine von seinen gefährdeten Karten, die Pik 10, er hat sie nach Hause bekommen. Und sein Partner, der ist auch erleichtert. Der denkt, Mensch, das wird doch auf jeden Fall reichen. Ich nehme sicherheitshalber das Pik erst mit. Ich weiß schließlich nicht, ob der Alleinspieler noch die Kreuzen hat oder die Piken. Dieser 21er Stich, der sollte doch auf jeden Fall für uns reichen. Ihr müsst mal überlegen, wie viele Punkte die Spieler jetzt hier schon haben. Sie haben schon vier Volle in den ersten drei Stichen mitgenommen. Und jetzt sind wir da, wo dieser Spieler hier es einmal mehr nicht lassen kann, den Alleinspieler auf Trumpf setzen zu wollen. Also wenn er jetzt Pik weiterspielt oder wenn er Kreuz trifft, es dürfte sehr, sehr eng werden für den Alleinspieler. Er spielt aber erneut Karo Lusche. Und was daran auch schon nicht so gut ist, er muss ja an sich schon ahnen, dass in Hinterhand jetzt gleich ein Voller kommt. Das ist allerdings noch nicht mal das Schlimmste. Wir freuen uns und stechen. Von hinten kommt, wie erwartet, der Karo Volle. Wir wollen wieder nicht mit Trumpf fortsetzen, denn da hat sich die Situation noch nicht verändert. Ja, kommen wir jetzt auf die Idee, mit dem Pik König, der uns hochgespielt wurde, einfach das Spiel fortzusetzen. Klar, sieht wie ein schöner Stich aus, bringt uns aber nicht voran, denn danach, die Pik 7 kann dann vom Spieler hier in Mittelhand gestochen werden. Dann ist das Karo Ass doch wieder weg, danach müssen wir zurückstechen und geben noch einen weiteren Stich an. Das funktioniert nicht, wir kommen einfach nicht hin. Also Plan C, würde ich mal sagen. Plan A und B ist das schon länger nicht mehr. Wir sind auf abseitigen Gedankengängen unterwegs. Pik 7 raus, wir opfern freiwillig unseren Stich. Und die Karte ist ja bei einem Rollmops jetzt schon gleichmäßig verteilt. Da ist es auch an sich schon ganz egal, ob die Dame jetzt in Mittelhand sitzt oder in Hinterhand. In diesem Fall sitzt sie jetzt mal bei dem Trumpfmann. Der kommt ans Spiel mit drei Augen, hat jetzt noch drei Trümpfe und die Kreuz Dusche, die er jetzt rüberspielt. Und der Spieler hier sitzt jetzt übrigens noch auf folgender Restkarte. Es ist jetzt an sich schon wieder egal, ob er die Kreuz 8 legt oder den Kreuz König, denn wir haben unseren Plan schon längst gemacht. Wir schmeißen so oder so den Pik König ab. Im Original-Spielverlauf lag hier allerdings tatsächlich nur die Dusche. Der Spieler weiß ja auch noch nicht tatsächlich sicher, dass die Kreuz 10 im Keller ist. Nun ist er am Spiel, freut sich seines Lebens und hat mit dem Kreuz König eine schöne Angriffskarte, hätte aber tatsächlich jetzt die letzte Chance gehabt, unser Spiel zu schlagen, indem er das Karoass auf den Tisch haut. So passiert folgendes, Kreuz König stechen wir mit der Herz 8 und der Spieler in Hinterhand hat nur noch diese drei Trümpfe, muss also überstechen mit der Trumpf Dame. Und jetzt sind wir plötzlich in der Trumpfgabel, wir machen Rest, bekommen noch das Karoass. Und jetzt wirklich kurios, zählen wir nochmal vor, das kann doch nicht wahr sein, dieses schlechte Spiel. Und dann noch gegen Piertrümpfe, 10 Augen im ersten Stich, 24 nach dem zweiten Stich, 45, 48, 52 und dann nochmal 7 Augen, 59 und die Gegenspieler stehen düpiert da. War das jetzt nicht wieder eine Rakete? Lieber Ann Weilweg, ich kann deine Frage jetzt hier nicht vollumfänglich beantworten. Es gibt logischerweise auch ganz viele Situationen, wo es sich lohnt, den Alleinspieler auf Schuss zu setzen, wo du ihn vielleicht sogar zum Stechen zwingen musst, um ihn in den Trumpf zu kürzen. Aber es gibt genau diese Situationen, wo du es einfach nicht darfst. Und die lassen sich meist daran erkennen, dass der Alleinspieler schon nach einer Trumpfrunde plötzlich gar nicht mehr Trumpf zieht, sondern über die Fehlkarten das Spiel abwickelt. Und dann müssen bei euch immer die Alarmglocken schrillen. Er will in ein Trumpfgabelendspiel abwickeln. Jetzt dürft ihr ihn nicht mehr den Trumpfgleichstand erreichen lassen, dürft ihn deswegen nicht mehr stechen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017